Tiefe Augenringe, das denke ich stört jede Frau und kaschieren kann man es nur bedingt und wenn man schon die richtige Behandlung findet wie hier und die Augenringe auffüllen kann, dann denke ich ist jede Frau erfreut und hier zeige ich eigentlich nur die Behandlung, wie es durch ein Facharzt für plastische seelische Chirurgie ordentlicherweise durchgeführt werden kann und wie einfach das ist, wenn es so in dieser Art auch durchgeführt wird und wie schön glatt das Ganze wird. Allerdings muss man natürlich hier auch sehr aufpassen, es kann zum Nachahmen animieren, aber die Gefahren hier sollte jedem Arzt bewusst sein und keine Fachärzte für plastische seelische Chirurgie sollten sich vielleicht bezüglich dieser Therapie etwas zurückhaltend reagieren.